Auch das Rezept für das niederösterreichische Genussbrot wird gesucht. Zu den Finalisten zählt Hannes Schwarzmüller aus Hollenstein an der Ips. Die Tradition der Bäckerei geht in seiner Familie bis ins beginnende 20. Jahrhundert zurück. Ich komme aus dem Mostviertel aus Hollenstein an der Ips, das ist in der Nähe vom Hochkar. Und dort habe ich meinen eigenen Betrieb, eine Bäckerei, Konditorei, mit meinem Meister, Bäckermeister und meiner Gesellin dieses Brot kreiert. Wasser, Mehl, Gewürze sind drinnen. Es ist relativ ein kompaktes Brot, saftiges Brot und auch lange haltbar. Eigens kreiert für diesen Wettbewerb. Nicht nur Laibe, sondern wir machen auch Wecken davon. Und das wollen wir eigentlich jetzt vorstellen als Niederösterreichbrot. Das Gradierraum, das ist ein kleines Geheimnis, aber ich kann es eh lüften. Dadurch, dass ich im Mostviertel bin, ist natürlich ein Most drinnen von meiner Mitarbeiterin. Die haben sogar einen Bauernhof zu Hause, die haben auch ein Mostpressen und von der beziehen wir auch regional den Most. Das ist ein kleines Geheimnis. Das ist ein kleines Geheimnis.